Ich kann auch mal die anderen meinen Weihnachtsflug schlagen, das Gedicht von dem Koffsen. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde das Mützchen voll Schnee, mit gefrorenem Mäschen die kleinen Hände tateten weh. Denn es trug einen Sack, der war gar schwer, Schläpfe und Polter verhinderten her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihr Naseweiß, ihr Schädenkater, meint ihr, er wäre offen, der Sack? Zugebunden bis oben hin, doch war gewiss was Schönes drin. Es kochen noch Hüpfel und Nüsse. Kennen Sie schon alle, ja? Ja, und ich habe jetzt für die Kinder, die alle so schön mitgemacht haben, auch eine Überraschung. Weil ihr so schön mitgesungen habt, und so schön geraten habt, dass der Koff umgerechnet hat.